In unserer Geschichte geht's nur um... Mich? Der erstaunliche Maurice? Wir sind verloren. Ich glaube, hier geschieht gerade... Nein, 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 nicht sagen. Was dann? Was? Ihr zieht von Stadt zu Stadt und spielt ein. Eine Rattenklage vor, während Keith einen auf Rattenfänger macht. Auf die Art macht ihr haufenweise Kohle. Es ist alles ein großer Schwendel. Du wirst uns nicht verpetzen, oder? Diese tierischen Ganoven. Fällt dir was auf? Irgendwo was zu essen. In der ganzen Stadt neigt das Essen weiterhin dazu. Zu verschwinden. Riecht nach einem Rätsel. Sind die letzte Hoffnung. Es gibt neue Ratten in der Stadt. Fang sie und bring sie zu mir. Um die Stadt zu retten. Dein Auftritt, Mr. Clicky. Wir suchen nun alle nach einer Geheimtüche. Oder bist du ein feiges Ohm? Ihr wisst Bescheid, jeder! Sie! Essen! Alles klar, wir lösen das Rätsel unserer Stadt. Willkommen beim Rettungsteam! Bastian Pastewka, Janine Ullmann und Jerry Hoffmann. Bleib hinter mir! Wir stecken in Schwierigkeiten! Eine Katze landet immer auf ihren Füßen! Der erstaunliche Maurice! Demnächst nur im Kino.